Frau Schulz ist Konstruktionsleiterin in einem mittelständischen Unternehmen. Die Zusammenarbeit mit der Fertigung klappt in der Regel gut, aber im Gespräch mit Herrn Sommer, dem Fertigungsleiter und der Unternehmensleitung kommen dennoch einige Probleme ans Licht. In der Produktentwicklung und Fertigung wird Stand heute keine durchgängige Lösung eingesetzt. Stattdessen gibt es Insellösungen, die dazu führen, dass vieles doppelt gemacht wird. Nach der Konstruktion müssen die 2D-Zeichnungen vom Facharbeiter an der Maschine manuell in ein NC-Programm umgesetzt werden. Hierbei treten häufig Fehler auf und die Stillstandszeiten an der Maschine sind unnötig hoch. Bei einigen Maschinen werden für komplexe Geometrien wie Freiformflächen zusätzliche Programmiersysteme von Drittanbietern eingesetzt. Dabei bleiben aber viele Informationen aus dem 3D-Modell auf der Strecke. Gibt es konstruktive Änderungen, müssen diese in der Programmierung aufwendig angepasst werden. Alle Beteiligten sind sich einig. Der aktuelle Prozess zur Erstellung und Aktualisierung der NC-Programme ist zu langsam und fehleranfällig. Das Unternehmen muss schneller, flexibler und fit für die Zukunft werden. Deshalb wurde beschlossen, zukünftig auf eine durchgängige CAD-CAM-Lösung zu setzen. Damit finden Konstruktion und NC-Programmierung im selben System und auf derselben Datenbasis statt. Die NC-Programme können durch die direkte Verwendung von Konstruktionsmodellen und angepassten Vorlagen deutlich schneller und zuverlässiger erstellt werden. Diese engere Verzahnung von Konstruktion und Fertigung bringt noch weitere Vorteile. Herr Sommer und sein Team führen nun für jedes NC-Programm eine Maschinensimulation durch. So können Kollisionen und Fehler schon im Vorfeld vermieden und die Werkzeugwege optimiert werden. Gleichzeitig lassen sich die Einfahrzeiten an der Maschine reduzieren und die produktive Maschinenlaufzeit vor allem bei kleinen Losgrößen deutlich steigern. Änderungen am CAD-Modell wirken sich automatisch auch auf das CAM-Programm aus. Dieser neue Prozess bringt nicht nur Vorteile bei der Erstellung und Validierung von Programmen, Da nun für alle Maschinen ein einheitliches Programmiersystem verwendet wird, kann jedes Teil bei Bedarf auf unterschiedlichen Maschinentypen gefertigt werden. Ausfälle und Zeitdruck verlieren so ihren Schrecken. Konstrukteure und Programmierer sprechen jetzt eine Sprache, tauschen sich aus und optimieren so ihre Produkte und Prozesse, was zu weniger Rückfragen, Fehlern und Nacharbeit führt. Vor der Einführung der von INNEO geplanten Lösung haben Frau Schulz und Herr Sommer den gesamten durchgängigen und PLM-integrierten CAD-CAM-Verbund bei der Firma Gebrüder Brasseler gesehen und anschließend live in der Fertigung besichtigt. Ihr Resultat? Optimale Ergebnisse in kürzester Zeit und ein sicherer, moderner Prozess. Was ist mit Ihnen? Überzeugen Sie sich selbst! Erleben auch Sie die digitale Fertigung live bei der Gebrüder Brasseler GmbH vor Ort.